30 Lieblingsplätze für 30 Jahre. So lautet das Motto zum 30. Jubiläum der Wohnungsgesellschaft Heuerswerda. Man geht aufgrund der aktuellen Einschränkungen nicht davon aus, dass regulär gefeiert werden darf. Geplant ist deshalb, dass ab dem Jahrestag, dem 28. Februar, Ideen für Plätze zum Aufstellen von insgesamt 30 Bänken in Heuerswerda gesammelt werden sollen. Das heißt, heute ist schon mal der Aufruf an die Heuerswerda, wenn ich das so salopp sagen darf. Wenn Sie Lieblingsplätze haben, können Sie diese Lieblingsplätze bzw. Ihre Vorstellung, wo zukünftig diese Bank stehen kann, gern ab dem 28. Februar an unsere Kollegen weiterleiten, gern mit einer kleinen Skizze, gern mit einem Stückchen Verortung, wo die Bank stehen soll. Und wir würden uns dann kümmern, wo die zukünftige Bank dann ab wann auch stehen kann. So Steffen Margraf, Geschäftsführer der WGH im Rahmen des Jahresrückblicks 2020. Einen ausführlichen Beitrag zum Rückblick sehen Sie morgen Abend in der Drehscheibe Lausitz.